das ist spannend also vielleicht kannst du das letztlich alles lösen ja ja ich muss du nur kurz überlegen wie mache ich es denn das klingt aber groß die aufgabe was soll denn das jetzt da war jetzt ein kleiner widerstand bei mir aber nee ok ja du ja extra 3 kann ich heute abend zu dir kommen ich habe nichts großes geplant nur eine riesenparty mit allen barbys ein studierten choreo und dem passenden song kommt doch vorbei nix party die sommerpause ist vorbei ich muss erst mal gucken ob ich das noch kann mit dem reden ich habe jetzt zwei monate lang geschwiegen aber hiermit melden wir uns zurück mit bosettis woche dem extra 3 podcast mein name ist sarah bosetti und ab sofort wird wieder an jedem freitag die politische und gesellschaftliche woche besprochen bevor es heute losgeht muss ich noch eine kurze durchsage machen wir haben nämlich eine kleine umfrage erstellt um von euch zu erfahren was ihr an diesem podcast mehr mögt und was weniger was euch wichtig ist und was euch im tiefsten inneren bewegt mein letzteres interessiert mich natürlich auch brennen steht aber nicht in der umfrage drin aber nehmt da teil ihr findet den link in den show notes wenn ihr uns also ein bisschen feedback geben wollt dann tut das gerne ich sitze hier natürlich mal wieder nicht alleine sondern mit einer frau die einfach schon schon bewegungen macht und sich ganz doll dafür dafür schämt sie ist in glaube ich ungefähr 100 fernsehformaten schon aufgetreten und hat ungefähr 200 preise dafür bekommt doch ich habe dann wikipedia artikel gelesen ja das ist aber eine schöne lüge es ist eine schöne lüge kondola strafmann ist heute da hallo liebe alle ja und wir müssen zwei sachen vorher sagen haben wir gerade beschlossen erstens wir machen sport während des podcasts deswegen wird der ton so mittel werden ja und wir werden ein bisschen außer atem sein sind die ganze zeit in bewegung ja und zweitens wir haben gerade während die technik hier eingerichtet wurde ich weiß nicht genau wie wir dahin gekommen sind aber es wurde glaube ich der beschluss gefasst dass ich am ende der folge kurze haare habe dass ich mit dir am ende der folge zu meinem friseur gehe weil ich kann dir jetzt nicht in der folge die haare schneiden ich traue mir eine menge zu auch das würde ich einfach mal ausprobieren aber da weiß ich nicht ob du hinterher dich freust oder nicht also mir würde reichen wir entscheiden während des podcasts am ende hast entscheidest du ja hey finde ich cool ich mache es mal an ich schneide mal ab also dass du entscheidest jetzt dass ich am ende des podcasts entscheide dass ich die abschneide okay ich würde das gerne entscheiden können mach mir da aber nichts vor also da ich glaube dass am ende wirst du das selber ja da hast du deinen eigenen kopf sarah das glaube ich mit langen haaren ja ja die ich ein ganz kleines bisschen mag auch wir gucken da ich habe überhaupt gar nichts dagegen das ist kommt dir jetzt falsch an nee aber ich bin ja natürlich kurz hauvertreterin und ich frage mich bei allen die ich nur mit langen haaren kenne das würde ich gerne einmal sehen wenn die richtig coole schöne kurzhaar frisur hätte das ist so eine manie von mir ja ich hatte einmal als ich in der anstalt war über die wir eben auch kurz im quasi während des technik checks gesprochen haben als ich in der anstalt war hatte ich so eine perücke an mit kurzen haaren als donald trump und das muss zugeben doch ich muss zugeben ich sah extrem gut aus als donald trump der sieht aber auch richtig geil aus das liegt ja am vorbild es liegt einfach an donald hallo der sieht ja auch richtig stark aus aber wir haben auch gewisse ähnlichkeiten muss man sagen also da musste man nicht mehr viel machen da war es halt man selbst wir können festhalten du siehst ähnlich mega aus wie donald trump so das war der podcast für heute oh gott wo sind wir denn das ist ja ein paar forschritt hier ja wir wollten eigentlich wir wollten über politik reden wollten es ist gar nicht mehr ja es ist es ist viel passiert ich kann das alles nicht mehr ich weiß nicht aber wir müssen doch wir sind noch zum arbeiten hier außerdem ist viel passiert es ist jetzt gerade in diesem moment es ist ja bei euch ist ja eine andere zeit als bei uns bei uns ist es noch freitag mittag es ist jetzt genau 11 uhr 33 und ich glaube ungefähr in diesem moment wird möglicherweise dieses heizungsgesetz beschlossen vielleicht vielleicht aber auch nicht wenn die fdp schlechte laune hat oder olaf scholz deutschland wird ja jetzt von einem piraten regiert und ich bin wirklich kein mode ass aber er hat so ein bisschen er hat so ein bisschen seinen look gefunden mit dieser augenklappe oder hast du die augenklappe gesehen ja natürlich habe ich die augenklappe gesehen aber ehrlich ich bin komplett ich bin mittlerweile fast völlig abgekoppelt ich kann mich doch auch nicht über olaf scholz und seine augenklappe unterhalten ich weiß gar nicht das ja ich bin dann immer ganz schnell raus und denke ja ja und frau merkel hatte diese frisur und hat eine kette getragen der olaf scholz ist immer so langsam und ich weiß nicht mehr ich habe olaf scholz auch bei einer veranstaltung mal persönlich kennengelernt ich habe diese veranstaltung ich habe ihr beigewohnt ich habe einen sprechfähigen besonnenen beim reden denkenden erwachsenen mann getroffen und habe gedacht ja leute das hat mir bis jetzt noch gar keiner gesagt dass es den olaf scholz in so gibt ich meine das mit mit der augenklappe ist es ist er hat ja selber er hat ein bild gepostet und gesagt ich bin gespannt auf die memes und ja es ist es ist gold und es ist schön es ist wirklich sehr lustig natürlich aber es ist auch es ist auf eine schöne art lustig finde ich weil alle witze so liebevoll sind also es ist ja gar nicht gehässig okay das ist schön so deswegen das finde ich das finde ich tatsächlich ich die die große qualität an diesem umstand das tut mir total leid dass der gefallen ist und sich wehgetan hat so das ist aber darüber machen sich die leute soweit ich jetzt mitbekommen habe ausnahmsweise auch gar nicht lustig also es ist nicht so viel schadenfreude haha sondern es ist einfach es sieht halt wer sieht aus wie ein pirat und das ist cool und dann machen sehr witzig aus weil er ist halt auch ein kleiner mann und so weiter na klar das sind die die zu den zusammenhang habe ich irgendwie gar nicht aber es ist olaf scholz ist jemand bei dem man normalerweise glücklicherweise gar nicht übers aussehen spricht weil der so auf welcher basis möchtest du ihn beleidigen aber es eben auch nicht jetzt so dieser geschniegelte schönlinge also also es ist einfach nicht so interessant und plötzlich hat er diese augenklappe und das finde ich ganz schön dass weil dann auch twitter das ja im grunde es heißt ja nicht mal mehr twitter und eigentlich tot ist weil es komplett von hass zerfressen ist und dann lebt es wieder noch so ein bisschen auf wo alle ihm mal einen papagei auf die schulter photoshoppen und das ist schon irgendwie toll aber ansonsten habe ich gegen die kommunikations skills von olaf scholz gar nicht so viel wie andere leute also ich finde es auch schwierig ihm zu folgen weil er mir so ein bisschen zu zu dröge ist beim sprechen dass das habe ich schon aber ansonsten bin ich großer fan dieses nüchternen das ist es gar nicht also wenn der jetzt moralisch total integer wäre so ne dann wäre es völlig okay das wäre gar nicht so meine kritik an olaf scholz also ich lege glaube ich großen wert auf politiker innen die egal wie sie aussehen interessiert mich wirklich gar nicht weil sie ja eben nicht als model ihr geld verdienen und die sollen einfach sich klug zusammensetzen und sagen so leute wir haben riesen probleme wie wollen wir sie denn jetzt lösen und jetzt alle mal scharf nachgedacht und weg von jeder hysterie und jedem getue und so das wäre mir sehr recht wenn das auch mehr gewertschätzt würde dass leute nicht unbedingt show leute sind sondern dieses land regieren das ist in meiner in meinen augen eine komplett andere aufgabe ich finde mit diesem wunsch beschreibst du eigentlich den mann über den ich jetzt kurz sprechen möchte muss eigentlich ganz gut denn es ist leider so wir müssen zu dieser rubrik kommen gewinner der woche und es ist leider so der gewinner der woche ist dieser man das bin nicht ich das ist nicht hubert aiwanger doch hubert das bist du also flugblatt affäre ich glaube ich muss sie nicht mehr groß erklären hubert aiwanger hat in seiner jugend ein holocaust verharmlosendes ekelhaftes flugblatt nicht geschrieben entschuldigt sich aber trotzdem für irgendwas wofür weiß er selbst nicht so recht dann denn er erinnert sich im grunde an gar nichts mehr außer daran dass das ganze ein einschneidendes erlebnis war das wichtige gedankliche prozesse bei ihm angestoßen hat keine ahnung wie diese beiden dinge zusammengehen und wie sich das in deutschland dem land der täter mit seiner historischen verantwortung gehört hat die partei von hubert aiwanger die freien wähler nach der geschichte nach dieser ganzen geschichte eine umfrage hoch und marcus söder lässt seinen vize im amt und friedrich merz findet das einen bravourösen umgang mit der geschichte und wir haben wir machen ja keine richtigen vorgespräche für diesen podcast weil ich immer denke wenn wir es vorher besprechen dann ja dann aber dann können wir es auch können wir es im podcast nicht mehr besprechen ich habe dir nur eine mail geschrieben und gesagt hey ich glaube wir sollten vielleicht über aiwanger sprechen und du hast was gesagt natürlich möchte ich nicht über aiwanger sprechen was ich irgendwie gut finde dass ich das nicht möchte ah Sarah also an diesem aiwanger hängt ja das noch viel größere problem dass es gibt einzelne aiwangers damit käme ja ein kollektiv zu recht aber das ganze kollektiv ist ja mittlerweile richtig geisteskrank äh das macht mich wirklich mir fällt bald nichts mehr ein zu zum zu menschen ich mir fällt echt nichts mehr ein ich kann das nicht in zusammenhänge mehr setzen warum jemand der ausschließlich wirklich sich ekelerregend äußert sich ekelerregend gebärdet äh kein scheinbar keinen anstand hat also ich kann ich kann ich gucke das an und muss mich ja weg wenden äh und stattdessen gehen umfragewerte in die höhe frag mich nicht nach sowas ich äh dann sind wir wirklich am ende also dann hat sich wirklich unkultur durchgesetzt bei uns menschen und äh dann ziehe ich tatsächlich aufs land das ist ganz neu bei mir ich habe mich immerhin alles voll reingeschmissen und so weiter und mittlerweile lese ich morgens die süddeutsche die wir abonniert haben und heute ist ja auch wieder seite drei und sonst wo aiwanger aiwanger ich gucke mir das an und denke boah ich kann nicht mehr hilfe ich kann nicht mehr ich kann das ähm erschreckend gut nachfühlen ähm du hast äh sozialarbeit studiert ja du hast als familientherapeutin gearbeitet tue ich wieder und noch wieder mit leidenschaft ja noch das heißt du hast das die ganze zeit durch gemacht ich habe immer äh irgendwelche prozesse auch begleitet aber nee ich habe das äh sehr sehr ausgesetzt aber ich habe nie ganz abschied genommen von dieser äh welt und seit fünf jahren habe ich meine eigene praxis und arbeite in der sehr gerne ich finde das so spannend also es ist nicht so als würde ich gerade das thema wechseln im gegenteil ich finde das ähm ich finde das einen interessanten aspekt weil du mit der arbeit die du gerade beschreibst ja einen komplett anderen zugang zu menschen hast ja als ähm wir jetzt mit mit dieser art ja also ich bin ja auch manchmal ich tue mich auch manchmal ein bisschen schwer damit nicht zu verzweifeln an den menschen und ähm ich glaube es liegt so ein bisschen daran äh dass ich mich ihnen in meiner arbeit zumindest privat natürlich auch anders aber in meiner arbeit ja immer so politisch nähere ja das ist wahnsinn also ich habe wirklich großen respekt vor dem was du tust wie du es tust weil ich habe jetzt im vorfeld unseres gespräches hier habe ich überlegt ähm die stimmung in der ich im moment bin die ist wirklich äh zunehmend misanthrop und äh ich weiß gar nicht wie soll ich mich mit sarah unterhalten ich kann nicht einen ganzen podcast eine ganze folge lang sagen furchtbar ich fange an mich vor menschen zu ekeln ich finde unsere spezies irgendwie statt weiterentwicklung gibt es sehr schlimme rückschläge in unserer geistigen gesundheit und das macht mir richtig sorge und punktuell angst ähm und dann habe ich gedacht nee das ist äh so eine ein ein so ein abkotzen von mir und wenn ich dann weiter ins nachdenken gerate zu dem ich mich immer zwinge weil dabei will ich nicht stehen bleiben dann komme ich tatsächlich dazu äh dass ich es tröstlich finde dass ich diese arbeit in meiner praxis tun kann weil ich dort immer auf menschen treffe die die entscheidung getroffen haben ohne zu wissen wie geht das jetzt weiter aber die haben die entscheidung getroffen ich empfinde etwas als sehr krisenhaft weiß nicht mehr weiter und jetzt will ich mich in bewegung setzen und teil so eines prozesses zu sein ist für mich absolut beglückend und ich muss ganz ehrlich sagen ich kann meinen klientInnen überhaupt nicht dankbar genug sein dass sie mich teilhaben lassen an einem positiven weiterentwicklungsprozess weil mich das tatsächlich besser ausstattet wenn ich in dieser welt stehe und denke menschen sind wirklich ich glaube wir menschen sind scheiße von unseren reflexen her und von dem was wir eigentlich sind wenn wir uns nicht zwingen uns weiterzuentwickeln sind wir scheiße und das kann ich immer wieder abbremsen wenn ich das meine ich jetzt überhaupt nicht als honig schmiererei oder wie heißt das leuten wie dir zuhöre weil du besonnen und immer mit einer heiterkeit auf etwas drauf schaust und dazu forderst du dich immer auf und du hältst es ein das finde ich super und und eben meine klientInnen bei denen ich dann tatsächlich beim ärmel hochkrempeln werde ich total zuversichtlich und ich glaube dann an an die energie und an alles es geht nach vorne woanders geht es nicht hin es ist egal immer weiter immer weiter aber das ist genau genau das was ich meine deswegen habe ich den den beruf von dir angesprochen weil ich ich beneide dich fast ein bisschen um diesen um diesen ausgleich also dieses ich begegne natürlich privat menschen und glücklicherweise sind da sind da viele wirklich sehr gute menschen das hilft schon auch aber du hast quasi auf beruflicher ebene irgendwie so so beide einfach zwei wege um menschen zu begegnen ja der eine der ist mit sicherheit also ich will in keinster weise sagen dass deine arbeit da irgendwie leicht wäre aber darum geht es ja auch gar nicht dass sie einfach sein muss sie ist gut sie ist sinnvoll sie ist konstruktiv und begegnest dann ja auch menschen die einfach ein problembewusstsein haben und das zumindest zum teil bei sich selbst suchen und weißt du was auch ganz relevant ist das wird mir in den letzten monaten ganz extrem klar im moment haben wir in unserem land ja so eine psychologie das ich erkläre mich zum opfer und damit bekomme ich ja überall recht also das ist so ein richtiger aus knocker damit kriege ich dich sofort sonst wohin gejagt indem ich die ganze zeit immer weiter behaupte ich bin opfer und ich kann in meiner praxis ganz konzentriert mit den leuten daran arbeiten das ist keine definition eines menschen das ist noch nicht meine haltung das ist überhaupt nichts das ist ein ereignis du wirst opfer durch ein ereignis das kann sehr dramatisch sein und dich auch schwer traumatisieren und danach entscheidest du ob du dich darüber definierst ob das deine identifikation wird oder ob du sagst das ist ein ein ereignis in meinem leben das ich bewältigen will und mit dem ich umgehen will und aus dem heraus ich mich weiterentwickeln will und das gelingt in den meisten fällen weil die leute wollen ihr leben leben die wollen das nicht erleiden aber das setzt natürlich erstmal voraus dass die menschen tatsächlich opfer sind also es gibt ja auch gerade menschen die opfer von etwas geworden sind und diesen begriff opfer ablehnen weil sie eben nicht sich darüber definieren wollen diejenigen zu sein sondern ich weiß es nicht du weißt es wahrscheinlich besser als ich was es da für alternativ begriffe gibt es gibt doch auch dieses survivor ne überlebende oder so also leute die ja genau traumatisierendes erlebt haben es ist ganz wichtig genau es ist ganz wichtig oder erlebende glaube ich sogar auch ich bin da nicht so drin aber also da jedenfalls menschen denen tatsächlich etwas 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 schlimmes passiert ist und die versuchen da rauszukommen und ich habe wie du auch sagst ich habe im so im politischen diskurs eher das gefühl dass das gerne mal das opfer sein als mittel zum zweck einfach nur dient da ist gar nichts passiert und ja das ist ja das ekelhafte was jetzt bei aiwanger ist genau ich wollte ohne zu sehr über ihn sprechen zu wollen das ist halt genau das was er macht und was mich dann mal interessieren würde ist also er sagt ja es wird eine kampagne gegen ihn gefahren er soll politisch und persönlich vernichtet werden was für eine wortwahl auch schon wieder was für eine dramatik ja völlig bar jeder erkenntnis dass das vielleicht wirklich also dass einfach die sache an sich krass ist da geht es ja erstmal gar nicht darum ob er oder sein bruder und wie viele bei flugblätter bei ihm gefunden wurden darum geht es ja gar nicht es geht ja erstmal nur um ein anerkennen dessen wie wie krass das ist was in diesem flugblatt drin stand und dass damit dass er damit umgehen muss darauf gibt es eine reaktion das ist ekel ja und das darauf gibt es nicht da gibt es auch das kannst du ja noch nicht mal erklären ah ja hopsa ja ui waren wir crazy drauf nein das ist immer schon ekelhaft und sogar ein jugendlicher der so etwas formuliert der hat etwas ganz ekelhaftes in sich ja da kann man sich noch darum kümmern bei jugendlichen hat man noch große chancen dass man wenn man ihnen gut begegnet die haben ja sehr viel potenzial sich gut zu entwickeln sie haben ja leider so wenig gute vorbilder ja ja ich meine ich bin wirklich dagegen jemanden für dinge sein leben lang zu verurteilen die er mit 17 gemacht ja das ist richtig ja also so wenn es das alleine wäre wenn er seitdem in irgendeiner form geglänzt hätte wenn er seitdem aufgefallen wäre durch große distanzierung genau solchen gedanken wo es genau genau und oder wenn er wenigstens jetzt irgendwie sich einfach mal hingestellt hätte gesagt hätte hör zu leute ich ich verstehe den aufschrei der aufschrei ist berechtigt ja und ich teile diesen aufschrei folgendes ist passiert aus folgenden gründen habe ich meinen mein bruder war es ich habe es aus denen den gründen habe ich ihn gedeckt aus denen den gründen habe ich es nicht erzählt ich weiß ich nicht also irgendwie ja ich schäme mich genau schäme mich zutiefst und es gibt ja noch ein ein missverständnis wir können uns nicht entschuldigen wir müssen um entschuldigung bitten ich kann nicht scheiße bauen und danach entschuldige ich mich natürlich entschuldige ich mich ich erkläre was und sage damit habe ich mir meine schuld genommen ich entschuldige mich cool das geht nicht du musst die anderen darum bitten könnt ihr mich bitte entschuldigen ja und darauf hoffen dass die sagen dass die so groß sind zu sagen ja okay du idiot alles klar leb weiter ja seine entschuldigung ist ja auch gar nicht angenommen worden aber darüber hinaus ist es ja auch noch so dass er im selben atemzug sich selbst als opfer dargestellt hat also die ganze geschichte geht ihm nur um sich selbst ich bin also ja war schon irgendwie doof obwohl ich ja gar nichts gemacht habe aber hey sorry leute aber jetzt und aber ich wer soll hier ja vernichtet werden um mich geht es um mich geht es und was mich wirklich interessieren würde wäre warum funktioniert das bei ihm und warum funktioniert das bei robert habeck nicht oder andersrum also das gegen robert habeck man mag zu seiner politik und zu ihm als person stehen wie man möchte aber das gegen ihn von der springer presse eine mediale kampagne gefahren wurde und wird ist ja nun wirklich nicht zu leugnen ja es ist also man muss sich einfach nur die bildschlagzeilen der letzten monate des letzten jahres anschauen das ist das also ich glaube da könnten nicht mal leute von der bild des leugnen ohne einen lachkrampf zu kriegen währenddessen so das ist halt total offensichtlich und das ist auch so plump und so klar dass man irgendwie denken würde es ist doch total durchschaubar also und es funktioniert aber es funktioniert trotzdem und sobald er auch nur in einem nebensatz erwähnt leute so darf die debatte nicht ausufern so so darf es nicht werden egal wie sehr wir in der sache streiten wird er eben auch wieder dargestellt als ah jetzt kommt er mit der opferrolle hubert alfanger stellt sich hin und sagt ich bin ich soll vernichtet werden und seine partei kriegt eine umfrage hoch ich habe eine theorie dazu warum das funktioniert aber ich würde gerne deine wissen ja ich bin was den punkt angeht bin ich im moment wirklich richtig im arsch also es gibt einzelne figuren die sind wirklich ekelerregend das war gab es schon immer da ist sehr viel schief gelaufen die müssen wir irgendwie ertragen wie weit sind wir gekommen dass wir uns nicht mehrheitlich und entschieden mit ekel abwenden dass so jemand sich nicht automatisch damit isoliert dass das ein ein eiwanger sich mit seinem verhalten nicht automatisch isoliert weil unsere menschlichen reaktionen und eben nicht unmenschlichen sondern unsere menschlichen reaktionen so funktionieren dass wir sagen boah das ist wirklich das schaudert mich so eine selbstgefälligkeit so eine eine so ein ich kann ich finde schon gar keine worte mehr dafür obwohl ich da schon mehrfach darüber gesprochen habe wieso wenden wir uns nicht angewidert ab sondern jetzt gibt es auf der seite umfrage hoch und warum kann man mit klugheit und besonnenheit die mehrheit nicht mehr erreichen es stimmen viele dinge die ich immer für richtig gehalten habe funktionieren so nicht mehr und ich denke gerne immer wieder neu ich werde gerne gezwungen kommen immer abschied von dem was du da gedacht hast und veränder mal dein denken das finde ich alles super aber warum denn zu ungunsten von einem konstruktiven miteinander warum soll ich mich verändern richtung jetzt sind wir halt alle wir werden alle alle scheiße das geht nicht das kann nicht sein also meine meine theorie bitte hilf mir mit deiner theorie sarah ich weiß ehrlich gesagt nicht ob die ob die so hoffnungsstiftend ist aber die meine theorie bei diesen beiden menschen bei diesen beiden politikern ist dass der eine für bequemlichkeit steht und der andere für unbequemlichkeit letztlich ja und der der für bequemlichkeit steht hubert aiwanger ich sage es nur dazu falls ihr irgendwie denkt falls ihr später reingeschaltet ja falls ihr irgendwie denkt falls ihr irgendwie denkt jetzt erst zuschaltet es geht um h.a ja falls ihr irgendwie denkt dass jetzt das dass ich rubert habe als bequem betrachten möchte nein aber hubert aiwanger der der bequeme sagen wir mal der den leuten irgendwie in erster linie vermittelt ja in bayern ist es alles so wie es ist bleibt wie es ist wir sind die besten die da die die da in berlin die da oben sind die schlimmen und die ausländer auch ein bisschen und überhaupt so das ist ja ein bett auf dem man sich ausruhen kann weil es so eine möglichkeit so eine einfache möglichkeit ist alle probleme auch auszulagern weil was immer in der weigerung genau eine verweigerungshaltung allem was mich fordert genau allem was genau und alles was irgendwie nicht so gut läuft in deinem leben kannst du sagen als sind die da oben in berlin und die da unten das sind die ausländer die 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 beiden pole sind irgendwie schuld an allem das habe ich jetzt ein bisschen ein bisschen sagen wir mal zusammengefasst oder oder vereinfacht aber das ist das wofür er steht und wenn dann sowas rauskommt dass das aufbricht dann fordert dass die leute natürlich dann sagt es okay wir müssen jetzt diesen mann der uns das alles verspricht müssen wir hinterfragen das wollen wir ja gar nicht weil wir wollen ja bequemlichkeit und dann ist natürlich sowas wie das war doch vor 35 jahren hier hits kampagne gegen mich ist ja ein ein einfacher weg wieder in diese bequemlichkeit zurückzufallen und ich glaube dass das nutzen die leute also denn dieses angebot nehmen sie an und sagen ja das stimmt ich glaube ja ich glaube dass wir im moment kollektiv regredieren also ins in unser kindheitsding und du warst noch nicht entschuldigung du warst noch nicht fertig mit einer der theorie entschuldigung ich habe dich unterbrochen gerade nein gar nicht das sollst du aber das ist deine aufgabe weil du musst reden damit du mir nicht heimlich die haare abschneidest ich habe doch gar keine schere dabei du brauchst keine angst haben vor mir ich habe nicht zu ende gedacht ich hätte sie einpacken sollen das ist richtig ich gehe zu podcast bringe ich immer scheren mit so viel unsere technikerin winkt grad mit einer schere ich fand ich gleich noch eine verabredung ja ich muss kurz mit sophie reden ich fand ich sehr sympathisch eben noch aber jetzt hast du eine schere ich freue mich ich freue mich richtig auf gleich so breit ihr seht das ja jetzt nicht im podcast aber so breit grinsend habe ich sie heute noch nicht gesehen ich kann sehr schnell rennen ich kann gar nicht so schnell rennen wir werden sehen also was wolltest du sagen ach ja jetzt hatten wir es gerade so lustig was so womit machen wir uns wieder schlechte laune ach ja wir hatten ja ein thema regression ja es geht in die regression und wir ich weiß nicht warum aber ich glaube ich folge dir dass ich ich glaube es hängt mit bequemlichkeit zusammen dass uns dieses ganze leben und diese ganze große herausfordernde welt scheinbar so viel zu anstrengend ist dass wir uns ins kind sein zurückziehen und dazu gehört trotz und der hat ja mal angefangen also so ein bisschen sich als opfer fühlen und so weiter und es braucht erwachsene charaktere die sagen okay komm mal her komm mal auf den schoß und jetzt geht es richtung weiterentwicklung und ja oder also da ist halt die frage ob das überhaupt geht weil also auf der anderen seite steht ja habeck der bei dem das ja genau der versucht das ja und ob er es immer richtig macht oder nicht ist jetzt wirklich ist quasi gar nicht gar nicht richtig es geht ja eben nicht ja aber man muss ihm gegenüber ja auch gar nicht unkritisch sein nur ja er versucht das und er versucht es ja auch wirklich zu erklären was was er tut und warum er versucht die leute mitzunehmen aber einfach durch letztlich vor allem durch diese große aufgabe klimakrise abwenden ist das was er was er politisch machen muss nun mal unbequem für die leute es ist eine es ist eine zumutung ja es ist allerdings es könnte aber die mutet er uns ja nicht zu das muten wir uns ja zu aus jahrzehnten von auch ich habe noch bock auf das das da ist es ja zack rein damit also die gier der letzten jahrzehnte in der ich ja groß in ich bin ja darin groß geworden ich bin ja boomer generation und ich kenne nur wirklich ein leben wo alles unbegrenzt zur verfügung stand und zu meinem prozess jetzt aber ich meine das nicht neu gehört es natürlich zu sagen ah das ist vorbei die zeit dieser selbstbedienung überall vorbeikommen sich mal eben was snacken also jetzt im übertragenen sinne die zeit ist vorbei ich weiß aber auch nicht was daran jetzt so wahnsinnig schwierig ist weil wir im leben ja immer an irgendwelche punkte kommen wo wir sehen müssen aha jetzt mich ja nicht mehr 15 die zeit ist vorbei ich bin jetzt 30 40 50 60 also ich weiß gar nicht warum wir so schreien bloß weil dieses leben uns zwingt uns weiterzuentwickeln ich verstehe es überhaupt nicht als wirklich sitzen alle auf dem arsch in ihrem laufstall ich will aber weiter zucker im übermaß essen ich will weiter ich will weiter scheiß egal wollen wir wirklich so doof sein aber ja okay ich hätte mich jetzt schon wieder rein und muss mich gleich schon wieder irgendwie raus reden weil nee nee ich finde ich finde dass du völlig recht hast die antwort ist natürlich auch bequemlichkeit und trägheit was ja nicht dasselbe ist also träg hat wirklich im klassischen wortsinn dass man einfach eine zeit braucht um aus einem zustand heraus zu kommen und in einen anderen zustand hinein zu kommen und robert habe fordert das er fordert dass wir ich finde auch relativ nachvollziehbar und ich würde auch denken dass den menschen all das was du gerade beschrieben hast als als denk und fühlleistung zuzumuten ist also der der großen masse da scheint das so ein bisschen schwierig zu sein und wenn dem dann nämlich also im gegensatz zu hubert eiwanger werden dinge vorgeworfen wenn dann an robert habeck als person zweifel geschürt werden dann können die leute eben nicht sagen kampagne gegen den ich komme wieder in meine bequemlichkeit zurück sondern wenn sie dann sehen dass eine kampagne gegen den der hat vielleicht trotzdem recht mit dem was er sagt dann müssen sie in die in die unbequemlichkeit hinein und ich glaube dann entscheiden sie sich einfach eher dafür was immer ihnen gereicht wird an zweifel an dem mann der von der unbequemlichkeit erzählt der es natürlich nicht fordert aber der der messenger ist sie nehmen diese zweifel eben einfach dankbar an weil das eine möglichkeit ist sich der unbequemlichkeit nicht hingeben zu müssen und ich glaube bei ihm funktioniert das nicht weil es halt auch andere menschen sind die er erreichen kann also er erreicht quasi die leute die die grundsätzlich bereit sind für veränderung und für verzicht und für 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 all die dinge die notwendig sind und die kriegst du halt natürlich auch nicht mit so billigen mitteln wie jetzt wird eine kampagne gegen mich gefahren weißt du und hubert aiwanger bedient ein andere menschen also nicht dass die menschen in ihrem grundwesen und grundkern anders wären wir sind alle gleich schon klar aber ich meine ja eine andere gruppe von menschen genau er bedient andere reflexe genau und deswegen eine andere gruppe von menschen die jetzt natürlich nicht strikt abgetrennt ist aber bei denen vielleicht dieser dieser drang nach bequemlichkeit ausgeprägter ist und die sich die sich dem halt da einfach hingeben die dann einfach sagen ah gut und deswegen deswegen jetzt weiß ich wieder worauf ich eben hinaus wollte wenn du in der position bist wie momentan unter anderem ja auch nur robert habe gibt ja viele leute die die für eine konstruktive politik auch irgendwie und für ein angehen der klimakrise kämpfen aber wenn du in dieser position bist die die leute zu etwas bewegen zu wollen dann reicht das säen von zweifeln ja um diese energie ja in den menschen zu bremsen also schon zweifel reicht es muss nur es muss noch nicht mal es müssen es muss keine beweise gegen dich geben also ich meine dieser ganzen affäre um habe ging es auch gar nicht um habe sondern um 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 reichen also auch absurd letztlich so ne und der ist ja auch damit umgegangen vielleicht nicht ideal hätte ihn auch irgendwie eine woche früher entlassen können alles gut ne aber ja alles auch nicht so dramatisch vor allen dingen nicht im vergleich zu dem was sonst noch so passiert in der politik aber der zweifel reicht um diese energie die quasi entfacht werden muss diese positive konstruktive energie die in der bevölkerung entfacht werden muss und sagen okay wir gehen diese probleme jetzt an um die zu bremsen und wenn du aber ein politiker bist oder auch eine politikerin der oder die dafür steht kommen wir lassen alles so wie es ist doch alles gut die anderen sind sowieso schuld dann sind zweifel einfach die die fallen nicht auf so fruchtbaren boden ja wir sind das ist glaube ich so wir sind einfach wahnsinnig herausgefordert gerade und zwar so multipl das ist wenn ich das ganz runterbreche und ich habe eine multipl problem behaftete familie bei mir in der praxis sagen wir mal ja dann braucht es für dieses kleinste kleine gemeinwesen braucht es wie du gerade sagst es braucht eine entschiedenheit wir wollen aus diesem zustand raus und wenn da jetzt fünf leute daran beteiligt sind und wie du gerade sagst es reicht ein zweifel es reicht einer der sagt ich mache da nicht mit oder wie soll ich dir denn glauben du hast ja bis jetzt mich immer verarscht aber jetzt soll ich dir vertrauen das ist ein sehr komplexer vorgang den ich ja ganz gut kenne weil ich den begleite und weil ich weiß wie lange der dauert weil ich weiß wie störbar der ist aber auch wie 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 hoffnungsvoll der ist also das ist ja immer wahnsinnig irre zu erleben was dafür ein aufbruch passiert wenn eine negative entwicklung gestoppt wird weil die leute sich neu entscheiden und sich neu finden ja also es gibt eine neue form neue formation quasi es verbinden sich die beteiligten anders miteinander aber das ist ein komplexer vorgang und wenn ich mir das jetzt überlege ein ein ganzes großes gemeinwesen wie eine gesellschaft muss jetzt ohne gewissheit es gibt ja keine gewissheit das wissen wir das ist ja krass es gibt keine gewissheit okay aber trotzdem gehen wir mal los weil wir der hoffnung so viel raum geben dass wir glauben da da gehen wir mal lang und dabei lassen wir uns jetzt nicht mehr groß stören obwohl es störbar ist das ist schon das ist also jetzt gerade fange ich an menschen zu lieben weil wir doch wirklich wir müssen richtig was schaffen wir sind wir sind sehr herausgefordert und dabei gibt es dann auch so rechts außen so wegkipper wie eiwanger wegen ganz schwerer reflex zerstörtheit weißt du was ich meine ich finde das ich finde das spannend wie wie nah sich deine beiden berufe doch eigentlich sind ja total immer schon ja ich werde danach immer gefragt ich habe das noch nie als entfernt erlebt für mich gehört das richtig nah beieinander ja weil ich halt auch immer denke ein großes problem ist dass wir so viele sind in einer gesellschaft also wenn du ja es ist ja wenn du wenn du genau wenn du in einer familie lebst dann ist es immer noch irgendwie relativ klar wer ist für was verantwortlich wie sind die zusammenhänge und es kann auch nicht so ein großes die verantwortung von sich schieben geben also du schiebst es dann von einer person auf eine andere meist viel mehr geht da ja nicht ja aber in einer großen gesellschaft bist du eben ja ob ich jetzt ob du jetzt ob wir jetzt da groß warst ist doch auch irgendwie egal ja und das ist es natürlich nicht weil wenn es alle denken dann dann haben wir ja ein problem und so groß das große problem der klimakrise natürlich auch dass alle sagen wir sind doch sogar wir als deutschland sind doch nur so ein kleiner teil ja aber wir haben zwar nur einen kleinen teil der verantwortung aber wir haben einen teil der verantwortung wenn wir eben nicht nachkommen und alle anderen auch nicht dann gibt es halt weltuntergang so und ja ja das das ist spannend also vielleicht kannst du das letztlich alles lösen das wäre so für mich das fazit aus diesem gesprächsblock lass mich kurz nachdenken ich habe ein kurz ein kleines störgefühl bei dem satz aber ja ja ich muss du nur kurz überlegen wie mache ich es denn hui das klingt aber groß die aufgabe oh was soll denn das jetzt da war jetzt so ein kleiner widerstand bei mir aber nee okay ja du löst das ja yes ja ja ich muss mir gerade ein paar notizen machen sorry verrätst du wie oder ist das so dein dein geheimnis und das wird dann mein unique selling point ah cool ja finde ich gut ja finde ich gut du wirst noch 200 preise gewinnen ja genau sehr schön ich habe ein wie ich finde gar nicht so unendlich weit entferntes thema das wir auch in diesem podcast vor der sommerpause schon besprochen haben aber es gibt eine neue entwicklung darin und es ist man muss es zugeben es gibt einfach nur gewinner diese woche die anzeigen waren ja von dritten gestellt worden also nicht von mutmaßlich betroffenen frauen selbst und dann hat die staatsanwaltschaft einfach keinen zugang gefunden zu mutmaßlich betroffenen und musste dann deshalb offenbar jetzt aufgrund fehlender anknüpfungspunkte dieses verfahren einstellen du kommst jetzt gleich aber nicht mit luke mockridge auch noch um die ecke nee den habe ich mir soll ich den soll ich noch meine notizen kann ihr seht das nicht sie liegt am boden sie weint ihre haare wachsen sie hat jetzt lange haare sie kann schon wieder nicht mehr wir müssen gleich zusammen zum friseur es ist so am anfang der aufnahme war das mit dem friseur noch ein witz aber jetzt sehe ich so langsam den ernst du kommst jetzt mit zum friseur wenn ich nichts verändern kann dann ist es aber deine frisur sophie gibt mir die schere ich habe sie liegen sehen da vorne ich habe nur ein ganz kleines bisschen ich brauche ein gefühl von selbstwirksamkeit ich schneide dir die haare ich gebe dir gleich irgendwie ein buntes papier so wie meinem kind hier ich spiele mein zähl das wird nicht ausreichen ich brauche deine haare ah nein also das was wir gerade gehört haben darin ging es natürlich um die anzeigen Peter Pinn genau Tillinemann die kenne ich nicht nie gehört keine Ahnung also Verfahren ist eingestellt worden es darf wieder passiert weil ja das Verfahren ist eingestellt worden weil naja es wurde ja gerade gesagt es gab einfach keine Frauen die wirklich sich namentlich die Anzeige selber Anzeige erstattet haben und sich getraut haben oder das wirklich gemacht haben wie auch immer also es gibt einfach letztlich einen Mangel an Beweisen und das Internet tobt das Internet tobt und sagt guckt er ist unschuldig spannender Mechanismus oder und ist das nicht ein bisschen dasselbe ist es nicht auch wieder guckt mal unser deswegen ne fand ich es artverwandt deswegen ist es leider noch drin ja also es ist ein großes wir müssen unser Idol doch nicht hinterfragen wir müssen das Patriarchat nicht hinterfragen wir müssen das alles plötzlich gar nicht hinterfragen guck mal wie schön wir können genau in der reflexhaften Aufgeregtheit bleiben auf die wir uns ja verabredet haben und so ist alles gut eingerichtet fertig ich finde es tatsächlich also sagen wir mal so ich hatte noch nie in meinem Leben einen einen Drang zu einem Rammstein-Konzert zu gehen das heißt ich bin natürlich jetzt nicht so sehr in diesem moralischen Dilemma wie Fans das zum Beispiel sind also es ist ja nicht so als seien irgendwie alle Rammstein-Fans unreflektiert und als sei denen das egal sondern es gibt ja Menschen die diese Musik sehr mögen warum auch immer aber die sehr mögen und die jetzt denken ah fuck was mache ich denn jetzt damit und diese Situation finde ich tatsächlich ganz interessant ich bin in der nicht ich kann einfach sagen ja okay es war eh nie mein Ding fertig ich muss das nicht bewerten also ich habe ja auch in diesem Podcast und bei Bosetti wir reden schon schon ein paar Mal darüber gesprochen ich bin natürlich auch gegen Vorverurteilung zugleich bin ich aber auch dagegen dass Opfern sexualisierter Gewalt ständig nicht geglaubt wird so ne vor allen Dingen wenn es so viele sind unabhängig voneinander so ähnliche Geschichten erzählen insofern ist ja jetzt einfach gar nichts bewiesen es ist aber auch nicht seine Schuld bewiesen nicht abgestritten wird aber ja diese ganze Praxis der Row Zero und diese ganze Sache also ich muss sagen was ich mich dabei unter anderem da bleiben ja auch schon wieder ganz viele Fragen aber äh was ich mich dabei unter anderem frage ist ähm vielleicht ist es gar nicht äh so verstörend wenn wir festhalten dass es immer wieder Vorgänge gibt wo ich gefordert bin zu sehen oh holla ich habe mich total geirrt oder bisher fand ich etwas richtig richtig geil ich erinnere mich sogar gerne daran ich muss mich dazu aber jetzt nochmal neu aufstellen ich muss mir das anders angucken also weißt du was ich meine ich weiß was du meinst ein Perspektivwechsel auf das was ich immer für richtig hielt ähm ich empfinde solche Vorgänge also wenn ich gezwungen bin zum Perspektivwechsel geht das bei meinem persönlichen Empfinden immer auch mit einem Gefühl von Befreiung einher also wenn mein Widerstand wenn ich getwungen bin meinen Widerstand aufzulösen äh dann merke ich immer ah da da kommt was Neues also es kommt ein Zuwachs ja es ist nicht allein Verlust wenn ich mich von etwas verabschieden muss was ich immer so gehandhabt habe oder immer so gedacht oder toll gefunden habe es kommt auch ein Zuwachs von ja was denn dann ähm und äh dazu würde ich gerne aufrufen Leute das ist es liegt so viel Tolles vor unserer Nase wir müssen nicht immer alles so beklagen wir müssen nicht dauernd aufschreien wenn uns jemand auf die Schulter tippt und wenn es das Schicksal ist oder ein Vorgang oder eine Aufdeckung oder irgendetwas wenn uns auf die Schulter getippt wird mit äh guck mal genauer hin dann müssen wir nicht sofort schreien und sagen nein das darf nicht wahr sein ich will dabei aber bleiben und uns mit dem Arsch wieder in den Laufstall setzen sondern ja guck doch mal was kommt denn stattdessen was kommt denn stattdessen ich finde das ist doch ein toller Vorgang das ist ähm ich glaube wirklich bei weitem die schönste Erkenntnis die man daraus ziehen kann ich finde das ganz toll weil ich ja ähm ich denke auch irgendwie so ob jetzt Till Lindemann ein Arschloch ist oder nicht das ist ja nicht die die wichtigste aller Fragen ne also wie gesagt für einige Menschen ist das eine nicht ganz unwichtige Frage weil sie einfach eine Entscheidung treffen müssen höre ich diese Musik noch gehe ich zu Konzerten will ich das unterstützen ja oder nein das ist die eine Sache ich fand quasi schon als Erkenntnis aus dem Fall immer wichtig zu sagen dass es eben keine Ausnahme ist sondern ne dass mächtige Männer sich so gebärden ähm ja machtloseren oder machtlosen Frauen gegenüber das ist ähm das ist ja gar nicht das ist nicht neu und das ist auch keine Ausnahme und das sollten wir nicht vergessen egal wie dieser Fall ausgeht äh das finde ich quasi an sich schon wichtig und auch die Tatsache dass die dass die Öffentlichkeit überhaupt darüber richten muss obwohl sie es ja nicht kann weil sie ja nicht recherchieren kann weil sie ja keinen Erkenntnisgewinn also Zugewinn bringen kann in den Fall finde ich ja eigentlich schon falsch aber wir leben eben immer noch in einer Gesellschaft in der das notwendig ist weil sonst solche Fälle häufig vielleicht muss man sagen es geht im besten Fall immer um Aufklärung es geht um immer weitere Aufklärung egal ob dabei immer ein Urteil weil ich glaube auch dass unser Leben ist ja auch so sehr geil darauf dauernd Urteile zu fällen wir urteilen ja permanent über alles ja Daumen hoch Daumen runter und ich glaube wenn es bei aller Verzweiflung bei Unrecht nicht möglich ist ein Urteil zu fällen ja weil es nicht juristisch nachweisbar ist also weil juristisch ein paar Fakten Faktoren fehlen um das wirklich aufzulösen ja äh dann behalte ich aber im Auge was gewinne ich denn dennoch was wo ist der Gewinn das ist immer meine Ausrichtung welchen Gewinn haben wir und wir haben immer den Gewinn wenn wir wollen von Aufklärung und am Ende jeder muss in der höchstmöglichen Verantwortung sein Leben gestalten und sein Leben mit den anderen ja natürlich ich bin auch nicht dagegen dass das öffentlich diskutiert wird das ist ja nicht was ich meine ich meine nur dass es den Menschen glaube ich schwer fällt und ich verstehe das auch diesen Fall zu betrachten ohne eben das Daumen hoch Daumen runter zu machen also ohne sich auf eine Seite zu schlagen und zu sagen ja natürlich ist der schuldig guck dir doch mal die Gedichte an so ne oder ohne zu sagen hey hier cooler Typ was weiß ich was das Gegenargument ist ne ihr wart doch alle gar nicht dabei ähm das also die Leute finden es glaube ich schwierig nicht zu urteilen ja ähm aber das ist das sie können sie können sie können es ja auch gar nicht ja das bedeutet aber nicht dass das nicht ausdiskutiert werden sollte nicht zuletzt weil man ja auch dadurch quasi einfach eine Haltung dazu entwickeln kann ne so das ist aber nicht worauf ich eben hinaus wollte sondern worauf ich hinaus wollte war dass diese dieser Aufschrei diese Empörung in der Öffentlichkeit überhaupt noch notwendig ist um auch tatsächlichen egal wie es in diesem Fall gelagert ist auch tatsächlichen Opfern sexualisierter Gewalt überhaupt die Möglichkeit zu geben dass ihnen geholfen würden das ist eben immer noch so das ist empörend und das darf man nicht aus den Augen verlieren dass quasi die Empörung notwendig ist die Öffentliche damit zum Teil damit überhaupt mal eine Anzeige aufgenommen wird ne damit irgendwie also ich habe von vielen Leuten gelesen die versucht haben fälle sexualisierte Gewalt äh anzuzeigen und wie ihnen da begegnet wurde deswegen gibt es ja viel zu wenige Frauen die sagen okay ich gehe jetzt den Weg der ist so Horror das ist so ein harter ungeschützter Weg der vor Opfern sexualisierter Gewalt liegt nachdem sie sexualisierte Gewalt erfahren haben liegt vor denen so ein hartes Ding äh und das muss sich verändern das ist genau ja unbedingt und das meinte ich mit das war quasi noch so so meine Erkenntnis aus diesem Fall dass wir das nicht vergessen dürfen dass es darum geht dass es ein strukturelles Problem gibt dass das Problem eben nicht einfach bei Till Lindemann liegt wenn er das Problem ist für Leute so das war nie einer ein Problem es ist sowieso genau er hat immer Helfer ein so großes Problem zu sein und er lebt in einer hat Helfer jeder Till Lindemann hat Helfer jeder Verurteilte hat Helfer jeder Nichtverurteilte also jeder mit Unrecht auffallende Mensch hat viele Helfer ja und meist leben sie in einem System das das begünstigt auch ja so und das war meine Erkenntnis aber ich finde das was du da eben gesagt hast ist eigentlich eine viel schönere Erkenntnis weil sie grundlegender ist diese Sache dass man eben einen Perspektivwechsel auch wenn es ein aufgezwungener ist nicht unbedingt als Bürde empfinden muss sondern gar nicht dass das was Tolles sein kann ja weil die Alternative ist dass ich mich beklage darüber dass ich aufgefordert bin zur Veränderung aber Leben ist Veränderung gestern ist nicht wie vorgestern und morgen ist nicht wie heute das ist Natur also da kann ich noch nicht mal was gegen unternehmen wenn ich wollte könnte ich ja keine Initiative gründen die gegen Bewegung ist geht ja gar nicht es gibt da so die eine oder andere Partei die das versucht so das ist doch das ist doch eigentlich schon ein ganz wundervolles Schlusswort aber wir sind noch nicht ganz durch denn es gibt ja wie immer eine längere Version dieses Podcasts in der ARD Audiothek wenn ihr also möchtet dann geht in die Audiothek hört euch da unseren Podcast an und hört euch alle anderen Podcasts die es in der Audiothek gibt natürlich auch an zum Beispiel könnt ihr wie immer wenn ihr nicht bis nächsten Freitag ohne Satire durchhaltet am Montagabend in die Intensivstation von NDR Info reinhören die erscheint jeden Montag also solltet ihr die auch jeden Montag hören wenn ihr das nicht möchtet dann war es das aber doch für heute dann schreibt euer Lob wie immer an bosettiswoche at ndr.de wenn ihr Lob habt wenn ihr kein Lob habt dann schreibt wie immer nicht an bosettiswoche at ndr.de abonniert diesen Podcast nächste Woche Freitag geht es hier weiter dann mit Friedemann Weise vielen Dank dass du da warst Cordula das war außergewöhnlich schön danke Sarah für mich war es auch richtig schön tschüss extra 3 bosettiswoche ein Podcast vom NDR immer freitags nachmittags das war es auch